Anna, die Schneiderin aus dem Tal der Windmühlen, lebt zusammen mit der perfekten Maschine. Die perfekten Maschinen machen alles perfekt und erfüllen jeden Wunsch. Eines Tages trifft Anna auf den Vogelmann. Was machst du da? Ich mache einen Plan, wie ich die Maschinen zerstören kann. Wieso denn? Weil sie gefährlich sind. Ich helfe dir. Bist du auch bereit dafür? Ja, ich bin bereit. Zusammen gehen Anna und der Vogelmann ins Dorf, um die Maschinen zu zerstören. Doch die Bewohner wollten das nicht und es gab Krieg. Doch der Hersteller wollte das nicht und hat die Hauptmaschine zerstört und alles wurde wieder gut. Puh, das war jetzt nur ein Traum. Ich bin bereit. ich bin bereit. Und ich bin bereit. Ich bin bereit.